Stimmt er jetzt? Ja, ich streame jetzt. Lost, die sind alle Lost dazu schauen. Alle Lost dazu schauen, genau. Die Hälfte meiner Zuschauer sind safe zusammen so gut wie du schätzen. Weil ich kenne die Hälfte. Alle Lost. Alles Lost. La la la. Ich mache jetzt, dass es Copyright ist. Ich will jetzt ein Lied singen. Chill, YouTube schaut mich alleine an mit 106 Abonnenten. Und ich streame es nach dem Stream selber eh wieder runter von YouTube. Hä? Ja, ich komme gleich. Wollen wir? Ja. Ich muss gleich essen. Ah, easy. Ciao. Dann... Gar nicht. Äh... Duos? Hallo? Janne? Was? Duos oder Fang? Ja, jetzt geht's auf einmal. Fang! Fang, weil Fang irre ist. Fang kannst du gut geben. Du hast Skins? Ja, ich habe sehr viele Skins. Du hast auch Schiss Skins. Du hast auch Schiss Skins? Hast du auch Schiss Skins? Hast du Knappe? Also für Irna ist es. Ja, die Arme Aldi. Okay, zeig. Zeig, ich kann es machen. Ich habe noch ein paar Modes zu plexen. Ich will Knappe, nicht irgendwelche Modes. Ich muss sagen, du schwirrst seit Season 3 knapp bis Season 2. Oh, Scheisse. Ich habe noch gewünscht. Warte. Mach Duo. Mach Duo mal. Mach mal kurz. Junge, ich kann kurz Fortnite runterfahren. Ich kann kurz Fortnite raus. Warte, mach mal einfach ein Duo. Fang du dich nicht. Ja, ich kann kurz Fortnite raus. Ah, warte, ich schau schon, was ich für einen Ping habe. Einen ganz normalen Duo. Okay, ähm. Ich starte gleich den Stream wieder. Leute, die mir zuschauen, was ihr kennt. Ähm. So. So. Wir sind gleich wieder im Game. Also wir sind gleich wieder im Game. Guck noch ein bisschen. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sehe es schon. Es geht nicht, ich sehe es schon. Junge! Ich sehe es schon. Trade? Nein, nein, nein. Das ist der Scherle. Es ist ein Scherle. Auch da muss man erst einmal die� acknowledginge. Ich kann nicht mehr aufkam. Ich bin der Scherle. Ich kann mich zu den beiden Schraubchen entdecken. Es gibt zwei verschiedene Arten geschrieben. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin jetzt noch ein paar Minuten. Ich denke, das ist ein Stück weit der Glaubenssagreinung. Es ist ein Stück weit. Ich bin ein Stück weit der Glaubenssagreinung. Ich bin ein Stück weit. Ich habe auch keine Probleme, wenn ich mich nicht auf das Gefühl mache, das ist alles. Ich habe schon immer etwas gefunden. Ich habe ein Stück weit. Ich habe alles gefunden. 8. 4. 5. 7. 7. 10. 15. 16. 18. 18. 18. Oh, wenn es jetzt nicht gut ist, gell? Jetzt nicht gut. Grabe ich mich und verkaufe mich auf eBay für 2,50. Für meine Fortnite-Accounts, wenn ich am Verkaufen bin. Ich verkaufe übrigens vorne-Accounts für 3-stellige Zahlen. Und es geht. Das Lustige ist, du kaufst einen Account für 10.000. Beim MMU-Gabend verkaufst du für 100. Einer kauft, der dir sogar noch ein Abwuch behindert ist. Ganz einfach Geld machen. Ich sehe das, dass es nicht gut geht. Ich sehe es auch schon. Es ist gut zu lange. Ich verlasse die Gruppe und lasse dich noch mal rein. Weil sonst kommt... Ja, nein, egal. Äh, geh mal auf YouTube. Und Jena? Dann gib mir Fortnite-Name ein. Zeigst du ja, dass ich live bin überhaupt? Ja, nein. Ich habe meinen Stream auf Privat gestellt. Warte kurz. Oh nein, bitte nicht. Nein! Oh, erst jetzt gemerkt. Darum ist keiner in meinen Stream gekommen. Normalerweise einfach noch kurz. Ja, geil. Okay. Minibudys YouTube. Nein, YouTube brauchst du nicht. Einfach Minibudys. So, jetzt aus YouTube. Und dann wieder rein. Und schaue, ob ich live bin. Ja, ich bin live. Ich bin live. Direkt den Zuschauer. Digga. Liken. So, Stream schauen. Einfach ein bisschen. Doppelt hört es. Okay. Okay. Wie finden sie? Ähm. 106 Abonnenten. Ich habe ein schwarzes Profilbild. Warte kurz. Ähm. Ich schreibe es in den Chat, wie du es schreiben soll. Vielleicht ein falsch geschrieben. Gar nicht. Also schreibe es genau so ins Do-Store. Okay. Einfach ohne Y und C. Also auch Mini. Und Buddys. Ein schwarzes Profilbild. Es ist unten. Also schau's. Es ist unten. Und schau's. Wenn du mit einem Nächster Scrollschirmierst. Wie ist es? Dann kann ich das. Wie ist das? Wie ist es? Wie ist es? Es ist sicher. Nein. Siehten. Oh, ich bin schon mal. Janne? Was? Wir sind in einer normalen Tour-Runde drin. Ich habe das Glück, ob du oder du. Der Modus geht nicht. Der Modus ist eben gerade gewechselt. Wenn man wechselt, geht es ab und zu. Wenn der Modus wechselt, geht es 1-2 Stunden. Hast du es noch nicht gefunden? Was? Nein, ich habe es noch nicht gefunden. Hä? Es sind 106 Abonnenten. So schwer zu finden, heutzutage auf YouTube. Hast du Discord? Äh, ich kann es runterladen. Es bleibt kein Ding. Nein, nein. WhatsApp. Ich habe eine neue Nummer. WhatsApp hast du safe. Nein, ich habe es nicht. Jetzt wird das Video umgekommen. Lass mich editen, Mann. In den PC spiele ich Seit Season 0. Aber auf Dings spiele ich Seit Season 6 auf Controller. Ja, du willst ein wenig Störungen geben. Hier. Was für Töte. Wir gehen hier. Was für Töte. Nicht. Nein. Von der besten Schuhe, die es jetzt gibt. Ich habe deine Edits gesehen. Ich tippe mal auf den Mittelpunkt. Nein, ich tippe mal auf den Mittelpunkt. Ich fange Lazy Legen. Ah, du gehst einfach. Es wäre zu dem Moment gewesen, wenn du dort hinten bei Rickety Rick siehst. Ich sage ich gehe Lazy Legen. Oh, Mann, das Jagdgewehr. Ich fange schon jetzt an an zu flennen. Was ist das für ein Müll? Welcher Gegner will ich mit einem Jagdgewehr killen? Ich habe so kein Jagdgewehr. Oh, Mann, ich habe so kein Jagdgewehr. Ich habe so ein Jagdgewehr. Oh, Mann. Was ist das für ein Müll? Hast du ein Jagdgewehr? Hallo? Hast du einen Pushtolk? Nein. Bist du auf der Tasche 2 oder mit dem Controller? Mit dem Controller. Ich auch. Mit dem Controller. Ich habe meine für dich. Du hast viel Light. Du 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 du. Du Gänze. Es ist noch 0,01 Sekunden gegangen und ich habe sie abgebrochen. Hä? Es ist noch 0,01 Sekunden gegangen und dann bin ich weggelaufen, vielleicht nicht. Sonst fertig ist der Video. Genau. Es ist einfach gar keine Gegend davon, das heisst keine hunderten Killarounds. Und Killarounds? Ich habe schon hunderttausend Killarounds gemacht. Nein, ich rede über eine Ironie, es ist die Killarounds Solo Squad. Ich habe keinen Killarounds, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich weiss die Killarounds oder so. Ich kann alleine für mich, dass ich einen Solo Squad habe. Hier ist der Gegner. Headshot! Zweiter Kill. Easy, stark. Ohhhh, Schmerz hat ja schwer gehabt. Welche Farbe hat er gehabt? Green! Green! Ich wollte gerade sagen, ich gebe einen weissen. Oh, Lägerle. Ich habe nicht gekocht. Ich habe nicht gekocht. Oh mein Gott! Oh, Lägerle! Hast du einen Jumper wollen? Nein! Ich wollte die Chests aufmachen. Weil ich nicht mehr Spiel. Und dann macht jeder andere auch noch auf. Danke für das Malunke. Normal. Ich habe gerade einen scheiss FPS, weil ich am Streamen bin. Wie viele FPS hat dein PC in Creative? Keine Ahnung. Hast du es nicht angemacht? Nein. Oh mein Gott, die anderen sind mega viele Gäste. Ich muss sie alle haben. Mal schauen, wie viele Zuschauer reden. Nichts. Zwei Zuschauer hatten. Und 16 Aufrufe. Kann man sich geben. Wie 100. Moment. Immer wenn ich Custom Games mache, habe ich 70, 80 Aufrufe. Wenn du nicht Custom Games schreibst, dann hast du so wenig. Wo ist sie? Ja. Alle Sweaten. Was wollen sie mir zuschauen, wenn ich jetzt ganz normal spiele? Was bringt ihnen das? Ja. Okay, sie können Stream snipen. Ich und meine Kollegen, wir haben eben den gleichen guten PC. Nicht den gleichen, aber den gleichen guten. Also von FPS und Ping und alles. Und weisst du, wenn wir trotzdem gleichzeitig bleiben, haben wir jetzt jede Solo-Runde gleichzeitig. Jede Duo-Arena-Solo machen wir auch ab und zu. Dann kommen wir immer in die gleiche Runde. Sind bis jetzt zweimal gebannt worden. Von 10 Mal, wo wir gebannt werden dürfen. Wir dürfen halt 10 Mal, also so kleine Bannungen haben. Sind bis jetzt 2 oder 3 Mal schon gebannt worden. Immer. Immer. Ohlilali, Sniper. Let's go. Zeig. Nein. Nein. Kannst kurz XP-Münze nicht rein. Nein, 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 nein. Meine XP-Münze, du Idiot. Wo sind sie rausgepackt? Wo sind die? Da. Ich kann extremer XP-Boost. Dann will ich halt XP-Münze sammeln. Okay. Sniper. Hier. Jetzt siehst. Wo ist die? Da, ich will schauen, ob die episch ist. Komm. Aber. Hier. Hier. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt habe sie gesehen. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Nein, gar nicht. Ich habe ein Farbenblindheits-Modus drin. Ja, trotzdem. Nein, ich snipe! Kannst du noch mal eine Zeit machen? Nein. Nein. Zeig doch einfach, darf ich Sniper? Muss ja nicht zielen. Ich glaube, die Jagdgewehrbus hätte ich nur gesehen. Genau. Geh mir dort hinten. Wo sind die nächsten Chaos? Hundert Schikanen, ich weiß nicht. Hundert Zehner, glaube ich. Hinter uns an der Seite nochmal gegen. In mir! Ich weiss, ich sehe es. Ich sehe es. Kill one, kill one. Kappa. Ja, die ficken mich. Die ficken mich, wenn du nicht kommst. Kann gegen zwei nichts machen. Ich habe einen. Strong, very strong. Ich habe einen. Ich habe einen. High ground. Ja, ich bin da unten. Ich will fighten. Ich weiss. Ja, ich bin in Stress gerade. Oh Mann, ey. Boah. Scheiss, High one. Mann! Nur ein High one. Jetzt. Wir beide genau aufladen den Arm. Was ist der Arm? Der Knutterson. Ich muss nachladen. Ich habe noch keinen jetzt kassiert. Komm, wir gehen damit jumpen nach. Komm. 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 Wo ist der Arm? Dort, 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 dort. Alter Mann! Wie kann man so Pussy sein? Was kann man für eine Pussy sein? Wie der? Uuuuh! Ich habe von hinten einen Sniper bekommen. Ich bin am Arsch. Ich habe zwar Biggys und Minis. Komm zu mir. Heil dich. Geh rein. Ich bin weg. Ich bin einfach weg. Ich muss die Granadenlauncher. Joko zu mir. Mein Controller ist disconnected. Ich hasse das. Er riecht auf und wieder zu. Dann kann ich dir hingehen. Ja Mann. Komm. Komm, komm. Ja, komm zu dir. Ich habe keinen mehr zu. Ja, du. Ich habe auch keine. Ich habe nur noch 144. 44. Hast du gar keine mehr? Nein, ich habe nur noch ein Pussy oder so. Ja, komm. Komm du ins Haus. Hier ist alle. Das ist alles. Ich habe auch keine mehr zu tun. Was sind die Ahnen, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht mehr zu tun. Spielst du mit Tec oder mit Stings? Mit Pump. Mit Pump. Mit Pump, ich auch. Ah, sorry. Ich wollte edizieren, rauf edizieren. Äh, komm, da ist noch ein Jumped. Wo ist der? Ich sehe da Lutz. Ich fliege mal da rauf. Ich glaube, der ist da. Ja, der ist dort. Da ist da. Der ist im Haus. Er ist im Haus. Ich f*** ihn. Alter, wo ist der? Der ist dort, der ist dort. Schau, da, da, da. Der ist da. Hey, Mann. Der ist dort. Der ist dort. Der ist dort. Das ist ein FBI. Nein. Ich bin einfach die wahre Legende. Ich habe gewusst, wo er ist. Ich bin die wahre Legende. Jo, wir wären beide genau dort hingegangen, aber ja. Du bist die Legende. Hashtag. Gut. Was soll ich sagen? Ich habe gerne einen Kotzenpump gehabt. Ich habe. Umher, ich habe gerne eine Merse benutzen müssen. Ich habe geguckt, du kannst den Köpfen machen. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe. Ich habe Folgen. Ich hab's mitgenommen. Du schiessst einfach die ganze Zeit mit. Ich habe keinen Platz im Eventar. Okay, ich nehme es für ein Ding. Ist gut, ich nehme es. Jetzt gibt's einen Lilan. Jetzt gibt's einen Lilan. Jetzt gibt's einen Lilan. Ich würde gerne noch etwas angeln, aber nein. Die Zonen gehen nicht. Die Zonen gehen komplett nicht. Ich muss trotzdem meine Fische holen. Oder doch nicht. Die Zonen gehen komplett rein. Wolltest du den Fisch? Easy. Mach ich auch schnell. Jetzt teilt er da. Komm, es kommt ein Mech hier drin. Ich komme kurz, äh... Mech, 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 Fischmech. Scheiss, ich verregt noch. Ich bin klein. Ich bin klein. Ich bin klein. Jäger! Ich weiss. Ich sehe sie auch wie du. Aber wenn du im Fighten bist und ich noch nicht oben bin, dann darfst du einfach reingeschissen. Knock one! Oh fuck! Verpiss dich doch nicht ins Haus in ein kleines Indigo. Der muss raus, der verbrennt sonst weg. Der kommt von dieser Seite. Er baut sich raus. Ich habe seine Mutter so nahe gefickst. Ich weiss es hat ihn. So brennt es einfach. Jo. Ich betalbe meine Sinne. Ich war gestern in Deutschland. Ich habe mit Kollegen aufgechillt. Du weisst schon ich bin gerade gescannt worden für andere Gegner. Janne! Du hörst. Du hörst. Du fangst mal, dass Gottfall wieder. Geht er wieder? Das stimmt, Anna. Vielleicht geht er solo. Bei mir wäre er gegangen. Ich glaube, Janne hatte ein Problem. Bei mir ist er gegangen. Vorher kann er auch noch schnell auszestet. Ich habe noch ein Problem, Mann. Ohne gegen ihn! Jo, bin ich behindert. Ah, ich helfe ihn! Einz kannst du einen. A, ich sehe es ja! Ich bin Control Disconnected. Ich bin Control Disconnected. Ich habe so viele Lids eingesteckt. Weil mein scheiss Control Disconnected was. Ich bin damn sicklo. Ich bin kröpft! Ich bin ein bisschen auslassen. Ich bin zu halbem meiner Sinne. Wem schaust du zu Silas? Äh, Niklas. Jemen. Ich bin zu halbem meiner Sinne. 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 NOOOOO! 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 Was? Wann ist das? Nicht klar. Wir sind beide der. Wir sind beide der. Nein! Fuck. Ich bin fucked up. Lass ein bisschen Dings spielen. Ähm, creative. Wann? Nein, nein, nein. Dann kann ich den Kuchen nie erst mal. Ich finde ich Kuchen. Nein, nein, ich nicht. KC. Oh, gut. Dann kann er ein neues Team frei holen. SCH. NCK. Drei Malen auf Silo. Komm mal weiter, kleine Piner Maia. Wollt es rüber anführen. Vielleicht rüber anführen. Und dann ist Lachlin. Genau. Du bist PC-Spieler. Wie ich. Drei Malen. Wir müssen die in Sch rignen unseren drastisch. Ok. Was? 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 Werden Sie? 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 Was macht ihr? Möchtet den Scheiss mal aus. Ich bekomme komplette analen Kopfschmerzen. Werden Sie? Gar nicht. Hast du schon raus? Der, 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 der kann ich auch noch. Ja, da habe ich auch schon. Musst du in ein Botverkleidungsding reingehen oder in Rettet die Welt reingehen dann in Rettet die Welt Bananen-Skinn auswählen. Und dann wieder rauskommt dann ein Stinkskin. Kaffee-Skinn. Äh, steht, wie heisst er? Ähm, Bananen-Skinn, den den Emote machen kann. Welche Fisch-Sat-Sticky-Thing? Lohne, let's all go! We are going where? We are going there. Nein, 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 nein! Schnauze! I'm going there. I'm going always there. I'm going always, äh, äh, after there. Er... Hey! Englisch ist er? Is he aнов patent für mich im Discord? Das Ding ist, ich hatteингlische Fünfeinhalb und bin trotzdem komplett Scheisse in Englisch! Nein, ich habe nicht gedacht, dass ich auf jeden Fall in Englisch bin, weil ich so scheisse eigentlich bin. Nein, eigentlich habe ich eine Primarschule. Hallo, oh mein Gott, mein Control is connected. Mein Control is connected. Ich kann mich nicht bewegen, mein Spiel stürzt. Ich kann mich nicht bewegen. Es ist abgestürzt. Ich kann mich nicht bewegen. Nein, es geht uns raus. Hä? 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 Ich kann mich nicht mehr bewegen. Hä? Nein, es geht nicht um Control. Hä? Kannst du dich bewegen, Niklas? Nein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Bei mir bewegen ihr euch, aber ihr bleibt stehen. Ich bin am Boden. Ich bin am Boden. Und chill gerade. Hä? Bei mir bewegt ihr dich? Ja, ich weiss, das zeigt es an. Ja, ja. Bei mir zeigt es auch an, dass ihr euch bewegt. Ich versuche mal zur Kiste zu laufen. Ist das Problem von Epic Games? Nein, ja, Epic Games, ja. Ja. Weiss, wegen den Autos. Sie wollen die Autos übrigens morgen reinbringen. Haben sie verschoben. Ich bin am Boden. 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 Machen. Ich bin am Boden. hals zu finden. Ich habe meine scheisse Seite auf 2 gemacht, das regt so auf. Und mein Kopf ist gar nichts zu heben oder so. Janne! Was? Hast du Glück gehabt mit Frauen? Ich bin so in meinem Sinne. Ja, ich habe Glück gehabt. 2 Mal. Zeig. Hä? Zeig. Was soll ich dir zeigen? Von dieser Scheissfotze. Ja, kann ich dir zeigen? Scheissschlampen. Ich habe Schluss gemacht vor 4 Wochen. Schon noch belastend. Eine Woche bevor Dings fertig ist. Schul macht ihr Schluss. Ich habe zuerst Schluss gemacht. Ich habe zuerst Schluss gemacht. Ja, eigentlich. Keine Ahnung. Es ist das Gleiche. Ich weiss nicht was Schluss macht. Ok, sie hat Schluss gemacht. Sie hat Schluss gemacht, weil ich anscheinend fremd gegangen bin. Obwohl ich nur die Tat während der Risiken die anderen geküsst habe. Darf man doch? Das hat sie auch gemacht. 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 Das hat meine erste Freundin gemacht. Sie hat aber hoffentlich Schluss gemacht. Hä? Nein. Ich habe dann Schluss gemacht. Ich habe dann Schluss gemacht. Nein, nein. Irgendein geiles Gefühl. Aber scheisse, dass du keine Freundin mehr hast. Ich habe doch nur eine andere geküsst. Ich bezahle mich. Oh Bruder. Bruder Schnecken was geht. Weisst du wie du Maitli anmachen kannst auf 2.0? Maitli ist das Schnecken was geht. Mein Ziel ist das mal einfach eine Waffe zu bekommen. Bevor das Spielabschluss. Das ist ein Gegner. Ich mache ein Save-Ansky. Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es nicht? Ich gehe unten die Kiste holen. Ich habe Dynamite. Wir können sie töten. Versuchen sie einzubauen und dann schmeiße ich alles Dynamite hin. Dann verregen wir zwar alle. Nein. Oh geil. Ich habe noch 60 Kp und 1.0. Ich habe Dynamite. Ich habe Dynamite. Ich habe Dynamite. Ist gut. Ich habe Dynamite. Wir haben einen. Wornshot. Komm weg. Wornshot ist die Gags. Wir haben einen Gegner. Junge, alle Bäume. Du machst alle Bäume kaputt. Sorry. Ich bin gerade am Ficken. Ich habe mir dort auf den Teamin gemacht. Ich habe sieinging Mitarbeit und tweeten. W entrepreneurs zu warten. Ehh, Nikolas. Ups. Was? Silas, was rede ich? Hier ist noch ein Chess. Ich betäubel meinen Sinnen. Ich dachte, du bist noch ein Chess. Ah, belastet. Ja okay. Wir können schon vergessen Skywaves, wenn wir ihn jetzt holen. Ja, ja, schau mal. Ja okay, ich versuch's. Ach, nein. Ich habe noch eine Dynamite, um ihn zu töten. Versuch's zu teamen. Und dann P-Gaxen wir. Wir gehen aggressiv darauf. Ich seh ihn. Das könnte man danach schaffen. Er will nicht teamen. Ja, er will nochmal. Warte, komm. Nein, nein, nein. Ich hab keine, ich hab keine. Komm nicht weit. Das ist oben, das ist oben. Komm da an, kleine Sussack. Sussack. Kleine Sussack. 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 Kleine Sussack. Sussack. Scheiss. Was machst du hier? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was machst du, kleine Sussack? Nein, ich wirf dich mal weg. Chill mich. Chill. Ich hab nur Glück, ob es auch kommt. Hast du hier ein Sack von Season 3? Ach so. Dann hab ich dir gesagt, dass es von Season 3 nicht ist. Ich betäube meine Sinne. Was? Janne sagt zuerst, dass es zu Season 3 ist. Ich sag so, du hast Knappe. Er so, ja, ja. Ich kenn so Menschen, die kaufen sich einen Accounts. Oder bekommen einen auf Weihnachten. Ich kaufe Accounts, ja. Ich verkaufe Accounts für irgendeinem 10$. Ich kaufe die heftigsten OG-Accounts auf dieser Welt. Ich hab schon mal einen Renegade Raider-Accounts verkauft. Für 300$. Wo hast du den gehabt? Hä? Wo hast du den gehabt? Da. Kollege. Er hat aufgehört mit Fortnite. Und einen hab ich gekauft. MMOGA hab ich vorher vielleicht gekauft. Amazon? Nein. MMOGA. Amazon ist fast besser. Ich weiss, aber ich kaufe MMOGA solch 100% Black Knight für 15$, weil ich einen Käufer-Accounts bekomme. Das ist ein richtig günstiges Angebot. Zum Beispiel, wenn du jetzt einfach... Wir müssen nicht was gleich wiederbeleben, Mann! Dann müssen wir irgendwo in den Müll reinwerfen und sagen, Salami. Fabissi, du kleiner Gehmi. Nein, wir müssen in deine. Ich hab keinen Bock. Achtung, Achtung, das sind meine. Am Schluss fragen wir an denen. Ich nehme die Bremse. Ich vertäube meine Sinnen. Wir tun nichts, was wir nicht behaben. Dann laufen wir den ganzen Wald. Und dann... Ab die Post in der La Cosa. Ah, Gegner! Gegner! Eigentlich gegratet. Naja, ich muss nicht gehen. Ich hab mich gegratet, die schrauben... Aha, ich mache keine Grenade. Ich mache einen. Ich mache mir auch einen. Doch, ich droppe. Naja, wir sind die Schäder und ein give. Nein, ich mache den nicht. Alles klar. Da ist noch eine Gegend! Das ist der, der wir angehittet haben! Komm da vorne! Ich habe Pumpelgranaten. Wenn wir den verwischen. Versuch zu tanzen, wenn du bei dem bist. Danze und dann wirf ich den mit Pumpelgranaten vom Berg oben an. Vielleicht trifft ihn sogar vom Berg oben. Ich hoffe es, dass die Zone so schnell sich bewegt. Nein! Stark, stark, stark! Ich bin gefickt, ich bin gefickt. Achtung, Schroderiss! Help me my fucking friend. Wir sind auch nur so scheisse irgendwie, sorry. Was? Wir verrecken alle die ganze Zeit in Season 3 Spielen. Ich spiele sie in Season 1 auf Control. Ich spiele sie in Season 1. Ich hab einen hoch um an. Äh! Wohin wir! Ich hab doch ein ganz wenig an den Wüstungen drüber. Ja, wir haben einen! Einer ist Shadow-Granate. Versteckt sich! Ich habe keine Waffe mehr, um den auchten. Ich brauche Hilfe! Wir haben einen Schonfight. Hey! Sie fängt in der Schaden! Hey, der gibt doch schon immer Schaden, der Schneeball... Ich betäube in meinem Sinne! Wie will ich dich holen? Sag es mir! Halt an, mein Assi! Ich gehe da hoch und wirf auf dir ein Zonenteil! Weg von Janna, seiner Dings! Man, eine Frage aber, eine Frage aber! Wieso hast du hier dann gescampt? Ich weiss nicht, der hat einen P-Darum und so, wieso skamst du einen anderen hinweg? Junge! Allah, Haram! Ich kann deinen Kasten... Lang hin, Junge! Lang hin! Ich kann 25 Kp, das macht 5er-Ticks, ich verreg' an dem! Ja, aber... Ich... 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 10 12 12 11 14 14 20 15 16 15 15 15 15 Das ist jetzt wenig Holz. Du möchtest mich wieder überleben, Mann. Ja, an welchem Bus. An welchem Bus, den ich überhaupt überleben würde. Der Authority. Ja, wahrscheinlich gar nicht Authority. Find ein Medkid und dann gehst du wieder überleben. Ja, wenn ich eins finde. Oh, der Fax ist gut. Ja, suche einen. Voll einfach. Mal schauen, der schlägt schon ab. Vielleicht geht der Medkid oder wenn der Arsch. Oder irgend so etwas. In 15 Sekunden kommt die Zone und dann flex ich dich. Ja, genau. Ich bin schon in der Zone. Dann flex ich dich. Oh, f*** dich. Du scheiss, nur die Zone an, Mann. Hauptsache, ich kann Waffe jetzt. Pämpelgranate. Oh, Pämpelgranate ist besser als... Oh, geil. Bitte, 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 bitte. Oh, Mann. Ja, mit denen kann ich jetzt genau treffen. Okay, das ist auch gut. Okay, komm. Allein rufen uns mehr. Ich muss wieder beladen. Ich muss lieber bei der zwei Schwellen. Ja, chill. Ja, schau das an. Schau das an. Wie will ich dich dort wieder beladen. Das war total, einfach nimmer. Ganz sicher. Jo, ASMR deine Mutter, soein Mann. Ah! Du hast doch mich nicht beleuchtet, dann checkt's nicht! Das ist ein kleiner Lappenhund! Super, ich hab keinen Lappen! Ich hab ihm den angeschossen und er läuft mir nicht entgegen. Ich hab's nicht checkt, dass es an ihm ist. Was? Oh mein Gott, er hat viele Kills aufs Moll gemacht. Die Farbe-Kanonierungen sind der krasseste. Sammelt von diesen Zonenteilern, ihr müsst ja Sturm drehen. Da kann man so lange in der Zone überleben. Wenn jeder von uns ein L-Kollet von diesen... Mach etwas! Du mal hören! Herr Professor Herr Westerfahl, Don't worry, Herr Westerfahl! Seid ihr im Video gesehen, dass ich den G'schick sah? Nein, noch nicht! Lass uns schauen, Alter! Junge, gehen wir da! Junge, das muss nicht passen, sonst passen wir nicht. Ja, gehen wir nochmal gleich! Junge, gehen wir weiter! EG! Ich hasse den Modus, der fickte Muttersohn Modus Alle die Sturmdreher sammeln, das ist das Wichtigste Ja, aber dann kann man in Loot Drops fangen In Loot Drops hat es 3, 10, 10 Durchgang hier hin Das Wichtigste ist eigentlich, dass man mal Mets bekommt Ich habe zwei Rifts Nein, 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 mit Sturmdreher können wir einfach bis... Bei Skybase sind die Mets nicht so wichtig Nein, nein Nein, nein, in diesem Modus eigentlich Du brauchst halt viel Mets, weil du viel mal runtergeschossen wirst Im normalen Modus Wenn du ein Skybase machst, dann musst du ziemlich viel Mets Ja, ich meine, so chill Wir sind zu dritt, es reicht, wenn jeder 1.000 hat, dann reicht das gut Ja, ja Ich und mein Kollege haben es je mit 1.000 geschafft, beide Wir haben zwei Zonen abgewartet Aber Ey Leute, ich habe Sturmriss Den Dings Dings Zeugs Dings 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 Solm spielt mit Aber nächste Solm muss da richtig weiter weg sein, dass wir dann schon hoch können Ich habe 4 Rifts lösen Ich habe 4 Rifts lösen Dann können wir, wenn wir runtergeschossen werden, einfach riften Also nicht runtergeschossen, es kann sein, dass irgendjemand sich auch hochbaut und dann, ja, anal nimmt Äh, da sind 2 Rifts Äh, da sind 2 Rifts Äh, wer ist das gewesen mit der Boogiebombe? Gegner! Der schiesst sich selber an, den kleinen Nuttason Und alle beleidigen, den Mastoffer Ja, schwa Der ist schlimmer als du Ich habe 8 Wunsch Ich habe 4 Rifts Ich bin gerade der Gegner am Töten Ich bin gerade der Gegner am Töten Muss ich auch helfen? Nein, ich muss auch helfen Ah Da sind es eben mehrere Oh, fink dich! Amna! Ich rift Ich hoffe, dass er keine Wob mehr Komm zu mir Ich bin chillt Jetzt habe ich nur noch 1 Rift Das heisst, er hat hier noch 2 Rifts Aber das wäre es mit ihnen Und der wollte zuerst teamen und dann doch nicht Oh, danke, dass du eine Kiste vergessen hast Oh, was ist wirklich eine Kiste? Oh, eine Klongranate Das bringt mir das Das ist schön an mir, hast du gerade die Gegner durchgelaufen Ich habe es gesehen Dann einfach mal teamen Ich versuche immer zu teamen Ich habe immer zu teamen Oh, was ist denn 90 Holz? Wie viel Holz zeigt ihr? 200 Holz, 70 Steine 2 ohne, ich habe 99 Ja, sorry wenn ich Wenn ich vor 10 Gegnern weglaufen Ich habe wirklich vor 10 Gegnern weglaufen Ich habe wirklich vor 10 Gegnern weglaufen Ich habe wirklich vor 10 Gegnern weglaufen Alter, das ist richtig gerne, dann gib mir Metz Und dann töten wir irgendetwas, wo du ihm direkt anschiessen kannst Nein, 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 ich töte doch nicht Doch, töte den Du bist auf jeden Fall noch geboten Ist so, am Schluss fliegen alle aus der Runde Das Ding Ja, ich kann töten Oh, geil Und da unten sind noch Gegner Nein, da sind Maik hoch Die böse Maik hoch Ich sehe da vorne Gegner Die müssen alle halt Skybase machen Sammle da noch Holz rein Und Maik hoch und ich weiss chill Aber weiss wie viele Gegner da sind Nein, ich bin da Ja, nein, wir können nicht da runter gehen Ja, nein Ich habe genau ein Schrottriss Also, ja Hast du noch ein Rift? Ja Komm, wir fahren mehr mit deinen Riftsimmer Easy Äh, wir brauchen aber schon noch etwas Irgendwas, das wir schön zum fighten nutzen Also nicht nur Scheisse Ich kann gerade Dynamit Komm, wir versuchen noch mit dem Rift Niklas zu holen Ja, das wird nichts Der Bus ist sogar schon benutzt worden Und die Zone kommt Du weisst schon Du weisst schon wie schnell die Zone ist Und die macht nachher zwei Ticks Wieviel mehr hast du denn? 7-800 Wir müssen probieren, Niklas zu wirken Aber das scheisse hätte ich nicht mitzupfen Es ist schon scheisse Aber irgendeinem Punkt ist auch Es ist geschehen Wenn die RK Gegner sind, holen wir ihn Wenn wir Gegner senden nicht Flieg, flieg hoch, flieg Ich kann mir weggehen Wenn es viele Gegner sind Ich sehe jetzt keine Wenn ich ehrlich bin Gerade hier sehe ich keine Böse Ah, die Gell-Granade Komm, leise, leise Ah, ich sehe noch, dass ich den anderen geführt habe auf meinem Bildschirm Trägt richtig aus So Ehm Spielst du auf dem Fernseher oder Monitor? Monitor Monitor Aber das zeigt immer noch an, dass ich den anderen eliminiert habe Wieso zeigt das immer noch an? Gar nicht Ähm, ich habe eine fette Impulsgranate Oh komm Geht es hinter uns? Ja Wow, dich fetzt so weit Ich weiß Ich weiß Ich weiß nicht, du wärst fast schneller Wenn du einfach weiter gelaufen wärst Egal Verirren Bitte ist er nicht gebraucht worden Wenn er gebraucht worden ist Dann ist er gebraucht worden Er ist gebraucht worden, gerade Sie gehört voran Vorne zu dir Ich glaube nicht, dass man es noch nie wiederbeleben kann Ich denke es nicht Ich will es, aber ich denke es nicht Ich denke nicht mal darüber nach, ob wir ihn überhaupt können Oh Scheiße Er ist ripp Nico Ja, das wärs fertig Komm weg Egal, mach einfach dafür die Zeit Es ist super Zeit Nein Ich habe mein Kollege Felix Rutet mir an Wie viel mehr hast du jetzt? Ja, sechst Äh, insgesamt Tausend Pass auf Nico, du meinst lange? Nein Wir werden hier warten Nein, wir werden hier warten Nein, nein Wir werden nur eins Wir werden nur eins Ja, ja Lektion lang Lektion lang Ja, easy Lektion lang Wir müssen aber schauen, dass hinter uns keine ist Und vor uns auch keine Ja Weil, einmal habe ich gemacht Und hinter uns sind aber noch gegner Ja, das meine ich Die müssen durchgehen Komm weg Jetzt haben wir einen Busch Nein, nein Andere Idee Komm, wir gehen hier vor dem Seilrutsche Hier vorne ein Seilrutsche Und gehen auf diesen Berg dort rauf Äh, das ist glaube ich Der Berg hier Warte kurz Hier Auf diesen Berg bauen Da kann man direkt los bauen Oder Ja, ich schaue gerade auf diesen Das ist echt schlauer Da können wir gerade gegner Zwar runter Innen Das ist ein Steinbeiss Und ich könnte nicht mehr anbauen Ich sag, ich gehe ein Boot holen Nein, das Boot kommt nicht Ich glaube nicht so weit Das geht irgendwann mal nach Ja, manchmal müssen wir Im Boot runtergeschossen Aber ich glaube die sind am Arsch Aber wir sind dann vor ihnen Aber wir sind dann vor ihnen Wir können zu ihnen rauf gehen Komm Ah, wenn wir jetzt durch die Zone Ah, du Dumme Ah Gehen wir einfach Ich baue direkt rauf Jetzt sind wir safe Hier ist sogar noch ein Chest Ah, die Ticks Ich habe keine Ahnung, ob der Max ist Kann irgendjemand schauen Janne, ich schaue immer Wege den Meter 250 Meter Maximum Vom Boden weg Also vom untersten Boden Der Abos Egal, du gehst nicht im Max Der ist nicht im Boot Hä, dann fliege ich runter Ja, man merkt ja immer Der Max ist Nein, der Max ist über dem Rift Über dem Rift Das weiss ich Alter, das war richtig close Was? Schau mal ob die anderen noch leben Ob die anderen immer noch Aufbauern sind Ja, die sind hier Können zu denen gehen Wollen wir? Von unten Ich gehe von unten zu denen Ich gehe etwas auf uns werfen Von du Ja, schau Schau Mach, mach, mach Mach Ich gehe langsam Kleiner Wichser Sohne Wichser Sohne Wichser Sohbehindert Behinderter kann man einfach nicht sein, Janne Hat die überlebt? Ohne nein Hat er es auf uns geschossen? Hehehe Hehehe Hat er es nach vorne geschossen? Ich gehe nie Klasse Auf Ihehehehe Oh, jetzt haben wir an Ich habe ihn Ich wollte runter Schiessen Schleiner Wichser Oh, komm wir gleich wieder Hehehe Ich sage dir, ich soll dich runter Editen aber nur jetzt Was? 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 Ich betäube meine Sinne Was? Also, weisst du was ich jetzt mache? Ich gehe zum Leuchtturm Gehen wir dort hin mit Kraft Was aber das Schlimmste ist Was? Was das Schlimmste ist, du es gar nie von ihnen verwirrst Du hast immer den Mord Doch, ein Einverwiss Ein Einverwiss Ja Die sind alle runtergeflogen übrigens Weil du uns ein Abend geschossen hast Wir sind alle geschossen Wir sind alle geschossen Wir sind alle ab Ich gehe zum Leuchtturm Leute, ich gehe zum Leuchtturm Und ihr gehen wieder dort hin, wo wir vor sind Wir treffen uns dann in Ples... Wir gehen hier hin Easy Ihr gehen dort Ich gehe zum Leuchtturm Woher gehen wir? Dort Ich gehe zum Leuchtturm Oh, fuck Ich bin immer so schrungen Ich gehe gar nicht Aber ich bin so eine beste Runde Ich gehe alle aufs genommen Ich gehe dich selbst auch noch mit Janne ist hier da Auf die Granate Hätte er mit Granate oder Päppel-Granate oder? Wir hätten die einfach runterediten können, aber nein Janne, wir packen es wieder Janne, weisst du noch Fussball-Grümpel-Turniere? Fünfte Klasse Ja, ich habe nicht gewonnen Ich habe nicht gewonnen Ich habe gewonnen Oh, ich weiss Wir haben gewonnen, ja Aber weisst du... Nein, wir haben gewonnen Ich habe gesagt, wir haben nicht gewonnen Aber ihr haben gewonnen Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Ich habe gewonnen Nur Easy Theoretisch könnte ich auch mitmachen Mit euch in der Sega Aber weisst du noch Lust Ich könnte mitmachen Weil ich im gleichen Alter bin Man muss eigentlich nur im gleichen Alter sein Wirklich? Ich habe nicht gebraucht Unterschriffe von der Lehrer Ich gehe dort Ich nehme den Leuchtturm mit Ich nehme das Dass wir viel lauten Ebersel Ja, du gehst dort hin Ich gehe dort zum Leuchtturm Wenn die Zone nicht gehen Ich habe keinen Bock Letztes Mal war ich und meine Kollegen gestorben, die die Zone nicht gehen dort Was ist denn Niklas? Jo, Afghanistan Wir haben fast eine Kuhlkäpfe Wir haben fast eine Kuhlkäpfe Oh, geil Boogiebomb Nein! Ey, die Zone wird so schnell gehen Wir müssen uns direkt verpissen Ey, nimm Kuhlkäpfe mit Jeder soll 15 Kuhlkäpfe mitnehmen Dann überleben wir das hoffentlich schon Ich habe Bändis Oh, Taschenfestigung Ja, habe ich auch Bändis Dann hier nochmal Bändis Jo, 10 Bändis Ich schaffe es easy in die Zone Ich habe meine Kuhlkäpfe 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 Ich habe nur noch Kuhlkäpfe Ja, ich weiss Äh Gisst du mir Was willst du lieber mit? Kuhlkäpfe oder Bändis? Kannst du entscheiden Ich nehme Bändis Aha, okay Du hast ja Ja, stimmt Mein Kuhlkäpfe ist ja komplett voll Wir können dich schon verpissen Wir haben halt 0 Mets Ich habe 200 Metz, aber was nützt das? Muss ich jetzt jeden irgendwie hochbauen? Dann verbaue ich die eh gerade. Bist du immer noch Fussball aktiv, Niklas? Oder du bist so... Wir beide sind bei oben da. Ich bin nicht im Fussball gesehen. Ah ja, du warst nicht im Fussball gesehen. Nein, ich rede über Janne. Ich bin nicht im Fussball gesehen. Lause ist bei uns ein Verein. Ich schwöre. Und Ding. Ich bin nicht mehr lause. Ich bin jetzt gerade bei Dings. Was ist das? Was ist das? Bist du nicht? Ich habe gemeint, du bist äh... Du bist doch real, Jugend. Du kennst ja Amir, oder? Mhm. Ich bin aber... Ich bin ja auch nicht einmal... Ich bin mal ein bisschen im Fussball gesehen. Ja, ich bin auch knapp. Ja. Wenn ich im Fussball gesehen bin, war ich auch da. Scheisse, Mann! Mann! Holet mich! Ich habe 15 Bandys und so. Holet mich! Ja, dann kann ich dich holen! Ja. Was? Ja, ich bin dann. Scheisse, mutter Gegner! Mann! Komm! Ich habe nämlich einen gequitten. Lass nochmal eine Runde machen. Es bringt nichts. Heiss! Der Most hat mich überlebt! Ich komme, hol den Win! Wenn er Branden überlebt, komme ich den gequitten! Ja! Ja! Ist das nicht so? Ja, aber es sind zwei gestorben. Hatten ihr beide überlebt? Ja, aber... Es war alleine. Wir waren zu zweit. Wir waren zu zweit. Der ist so behindert. Er schießt sich mit Impulsgranaten, mit normalen Impulsgranaten den Berg runter. Schießt. shit! Ich genuckt! Ich würde echt nur sagen, Ich bezüge meinen Sinnen! Ich habe einfach die schlimmste Klasse. Einer von dir kommt aus Buubendorf, heisst Jovan, der hat einfach in der Schule verdammt nochmal Mülleimer angezündet und hat ihn dann in der Schule hochgeschossen, verteilt und hat einfach dann noch den Wotterkopf gemacht. Ich habe meine Tafeln mit einem Messer eingeritzt oder so gemessen oder so. Ich kenne Leute, die Lehrerinnen mit Messer betrugen. Wirklich, ich auch. Es war einmal so behindert, bin ich nicht mehr. Man kann sagen, ich bin zivilisiert worden. Ja. Nein, bin ich wirklich. Jetzt ist Janne so. Janne ist halt wirklich zu schlimm geworden. Aber Janne ist so, der hat die Gysi umgebracht. Gell Janne? Wer? Janne hat die Gysi umgebracht. Ich habe mit Face 2 gespielt. Ist auch so. Janne? 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 Ich kann die Tür nicht zu machen. Ich bin glitze. 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 Du bist glitze. Nein. Du spielst Arena oder was? Ich habe noch 25.000. Ich habe Pilze. Ich bin glitze. Ich bin glitze. Ich bin glitze. Ich werde jetzt ein Bild schicken. Du hast auch eine letzte Runde. Ich mache bei jeder Runde so ein Bild. Ja, mach. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du bist Pisch. Weil du ein bisschen schlau bist. Das Ding ist halt... Ich bin so scheisse. Ich hasse. Ja, dann mach nicht jeder die Runde. Jetzt werde ich gespeichert auf dem Handy. Ich habe nur 64 Gigabyte. Jo, wie hast du das vollbracht? Keine Ahnung. Hey, ich habe Fortnite auf dem Handy sogar. Und es ist nicht voll Fortnite in 14 Gigabyte. Und ich habe... Nein, auf dem Handy in Fortnite 3 Gigabyte. Nee. Safe. Genau. Nein, wirklich. Jo, Android vielleicht. Was ist das für ein Handy? iPhone X Plus Max? Ja. Wenn du das runterlaust, dann geht es nur 3 Stunden. Nein, ich habe das neue iPhone SE 1020. Das ist geil. Es hat etwas schnellere Leistungen. Ich habe 5G. Oh. Marokko. Das betäubt meine Zine. Und vor allem auf die ganze Welt. Das ist das Schliess. Aber ich bringe auf die ganze Welt. Wenn du auf Marokko gehst. Ich gehe extrem vielmals auf Marokko. Jetzt gerade nicht. Aber weisst du, was scheisse ist, wenn du halt auf Marokko gehst und gross älteren Kinder nicht haben. Weisst du, in Marokko die hat es einfach weggetan. Obwohl ich es gar nicht sehe. Die scheisse Internetbox. Denk mir nur um. Wieso funktionierst du nicht? Und viel gebucht. Das ist gegen mich. Halt mal, komm! Ich habe es auch. Nein, nein, schön. Wie ficken die? Ich habe verdammt geiles Equipment. Wie viel mehr Zeit? 500, 600. Ich habe 999, ich habe es immer gesagt. Geil, danke schön für dich. Jetzt willst du fette Keks, wenn ich dir den Arsch hineinschiebe. Ja. Oh, ich habe einen gehitten. Äh, meine, meine, meine. Jetzt steht wieder, das heisst, ich würde liefern. Noch nicht. Noch nicht. Ja, ich habe einen. Ja, Mann. Der hat mir nochmals Metz gegeben. Ja, Mann, der hat mir Metz gegeben. Kommt. Ich brauche ein wenig Hilfe, weil ich weiss nicht, ob ich dein ganzes Squad holen kann. Ich habe gar keine Waffe. Jo, komm zu mir. Ich gebe dir. Hier liegen noch, hier liegen noch Granaten, Stinkgranaten. Bei nächster Zone werden wir einfach Skywaves machen. Ich habe 1300 Metz. Wer ist das, Mann? Hier, ich habe den Namen. Kommt, komm. Du bist da. Wie ist das denn? Ich habe das dann gegen mich auf. Fuck, Mann. Ich dass die Titans! Ich war das noch. Jumpt, ich bin weg. Geh mir raus, gib. Lass sie. Ich habe da ihre Maid geholt, das reicht mir. Ich kann mir eh hinter dir stehen. Oh, bitte, so ein Sturmdreher. Ah, schade. Splashys, kommt! Äh, lasst mich nicht. Achtung! Kommt, kommt! Komm! Komm! Ich warte jetzt noch, Janne. Komm, das sind Gegner hinter dir. Das sind Gegner! Komm, schnell! Kommen Sie jetzt durch, Mann! Oh, fuck! Schau, Leute! Janne, brauchst du den Puls? Nein, ich habe da mit meiner Dingsgranate eine Schattengranate. Ja, okay, so reicht mir bis so, Anna. Wir müssen die Hütte eigentlich, es sind zwei Stück, wir sind zu dritt. Nein, Junge, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt nicht mehr verschwenden, Gruta. Du, ich baue ihn nur mit Stein und Metall. Ja, da steht auch mehr zu verschwenden. Das ist wahr. Ja, also ich habe jetzt 997 Holz. Ich auch. Nein, nein, nein. Also, warte, schnell, komm, wir gehen mit der Schamppad weg. Warte kurz. Ich will noch schnell viel mit dem Holz machen. Es wäre nett, wenn ich das nicht höre. Jo, komm mit weg, alle sind durch den Bar und chillen. Oh nein. Kölze! Sie hat nämlich die Schamppad weggesprängt. Moin, die kommen, die kommen, pass auf. Ich komme aus dem Kopf. Weißt du, dass wir auch weg sind? Wir sind weg. Wir sind weg. Was willst wir hier von uns? Wir sind zu sexy. Das hier oben ist noch drin, hier oben. Mit Blackstars gewinnst du halt fast jeden Match. Alter, der zünder auch noch mit. Ja, schau jetzt. Ja, lass ihn, lass ihn, geil. Ah, Gegner. Komm noch weiter auf den Berg hoch. Ganz so hinterher, komm du. Ja, perfekt, da oben ist das Lagerfeuer. Und da kann man kurz chillen. Die bauen Skybase, wir können sie runter schiessen. Wartet kurz, sie sollen weit rauf bauen. Du bist richtig am Stress, da oben, Janne. Oh ja, perfekt. Die bauen Skybase, wir schiessen sie runter. Wartet aber noch. Du guck dich, du guck dich und geh dort runter. Warte. Das ist schon dumm, Köppen. Ja, sie sind tot. Ich weiß nicht, was ich mir denken würde. Oh, oh. Wir werden uns noch bekommen. Nein, er zackt nicht. Nein, oh fuck. Oh fuck. Immer nicht. Ich kann auch mal nur noch mal fahren. Scheisse Boot. Kommt ein Boot. Jumann, was ist das? Warte, ich bau dir. Wir werden hinten. Jo, ich bau gerade mein Leben. Nein, nein. Ah fuck. Okay jetzt. Baust du jetzt hier ein Glas? Okay, ich bau sie. Nein, 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 ich bin durch! Mach, mach, mach! Ich hab's schon fertig! Lass! 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 Da! Ja, Mann, ich hab 500 Metz da oben! Ich hab 500 Metz verschwendet! Wir schaffen es da oben! Ich geh an die Seite! Ja, komm mal aus da oben! Ich hab so viele Gegner gesehen, Mann! Ich weiss, ich auch! Und ich hab einen getötet, auf jeden Fall! Wartet, Nonibalu, erst mal die Zone! Ja, verboten! Ja! Jetzt haben wir schon unseren Stand! Ja, super, Janne! Hey, wie komm ich da rein? Ah, ja, von da! Du musst da oben, das aufhärten und dann kommst du rein! Oh, du kommst auch da rein! Ja! Weisst, wenn wir das hier runtergeschossen wollen, dann würden wir trotzdem sterben! Mach, schliess das runter! Hey, schau mal, habt ihr das schon gecheckt? Schau mal, da gibt es ein super geiles Secret, wenn du das zuhörst, vielleicht hast du aufhärten, die Bandanen bauen und da rein gehen! Oh, was haben die alle? Komm mal bitte! Na ja, mit Drift kommst du nicht so weit rauf! Sicher dort rauf, kommst du noch? Ja, noch! Also dahinter! Wie hoch sind wir schnell vom Boden weg? Ich will schnell schauen, wieviel das ist! Ich gehe da vorne, juckt mich nicht! 70 Meter, ja okay! Plus, minus noch 100 Meter dazu! Nein, nein, nein! Wie viele Metz haben wir jetzt? Ich habe nur noch 500! Genau, 500! Ja, ich habe etwa 1000! Der ist von oben maximale Bauhöhe! Schiessen da runter, schiessen da runter! Ich darf nicht in den Zaun kommen! Ich kann auch nicht runter schiessen gerade! Ich kann nicht runter schiessen! Noch nie, noch nie, noch nie! Ich kann noch nie, ich kann noch nie! Jetzt kann man, jetzt kann man, jetzt kann man! Ja man, sie sind unten, ist gut! Warten! Und dann! Die hat Steif, äh, Dings oder so! Irgendwie sind sie! Achte gar nicht, gar nicht runter, sonst kann sie noch weiter landen! Jetzt liegen sie runter! Wer schlau wäre von denen, würde zurückrennen! Kriegst du einen Kill? Ja man! Einen, guckt einen besitzen! Ja, zweitere, zweitere! Der Zweite vielleicht noch, keine Ahnung, äh, mit den normalen Pulsen können hochbouncen! Achtung! Sicher? Sicher? Ja! Dann laufen halt nicht so einen Irrenlosen! Dort hinten! Dort hinten! Dort hinten! Nein, nicht schon wieder! Du, so eine solche Schrottblase! Schau da unten! Auf dich kann man schiessen! Dann geh zu denen, dann kann ich auf dich! Ey! Wollen wir machen, dass es nur mal öfter geht? Ich geh, ja! Nein, nein, müssen wir alle gehen! Wir sind noch ein Team! Ja, aber nein! Das sterben alle! Ja, die sind schon tot! Nein, nein! Geht dort! Geht in die Zone! Geht in die Zone! Lassen wir die! Lassen wir die ihrer Scheisse ausfalten! Äh, kann jemand bauen? Äh, hier! Janne, 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 Janne! Lassen! Du gehst die Reihe, oh nein! Geht die Schildblase nicht retten! Äh, nein, die Schildblase tut Normand nicht! Wenn du mit Flint noch ... Oh nein! Sie wollen Kinme! Sie wollen Kinme! Kann mir jemand helfen? Er kann ihn nicht mehr bauen! Wieso kann er been bauen? Ich baue ripe! Ich baue zu denen! Baue zu denen bitte! Wo платな jetzt! Ja, bookét! Juhich! Sie wollen Kinme, ich schiisse in den Knallert runter! Ja! Ich bleibe ziemlich hinten! Ist gut! Schiissen von Bitcoin irgendwas ... Schiessen bitte! Komm hinten, komm hinten, komm hinten. Ey, was machst du? Ich wäre auch gestorben. Nein! Wieso hast du... Ich habe mich einfach weggebaut. Ich habe sehr viele Metzen, wir können noch mal machen. Komm, komm, komm. Ich habe 600, 700 Metzen. Jungen, du hast den Nikas jetzt so verkackt, man. Der hat mich einfach rausgebaut. Mich auch. Aber ich habe es überlebt. Warte, warte. Oh, schau mal, die werden uns so hart abgefacken. Wenn wir jetzt abgeschossen werden, wäre es das halt. Weil ich habe nichts mehr, um mich zu retten. Oh, warte! Hä? Hä, wieso jetzt nicht bald? Ich habe noch Metz gehabt. Hä, aber wir auch nicht. Es ist abgefuckt worden. Ich habe gewagt. Gehen wir schnell in die Lobby. Ich muss ja auch pissen. Hast du auch gerade pissen? Der reicht doch schnell. Jui. Ich bin bereit, wenn ich in der Lobby bin. Chill, es geht schnell. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh nein, ich bin alleine in der Runde doch nicht. Zum Glück. Ich bin bereit. 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 Du hast heute einen auf Risikorecht eingeblend. Rodrigo ist im Sturm. Die B-Day karte mit fünf stelle schwacher Fuß auf Wild. Und im ZM kommt dann, der 96er Flashback. Also, Ednaus zwei Zechtern umfällig. Ich dachte, du bist ein Rasant, damit ich einen Bein aufgeschrieben habe. Nice, damit habe ich nicht gerechnet, wow. Ey, man, 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 man. So, Jungs, also, dann machen wir weiter. Wie gesagt, Paul Poker, im Sturm heute. Wie ist hier? Hey, 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 hey! You ready? Yeah. Hey, 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 hey! Gehen wir zum Leuchtturm. Dort, wo wir halt immer hin gehen, gehen immer alle hin. Ja, aber beim Leuchtturm ist das Problem, da hat es fast kein Metz, das ist out of zone. Ja, ich weiss, aber doch, eigentlich haben wir noch gute Metz. Ich rede nicht über Leuchtturm. Aber da! Komm mal gleich da! Nein, ist keine gute Idee. Sicher? Wir gehen zu viel hin, aber ja, und dort gehst du gut. Du gehst Leuchtturm, du gehst Leuchtturm, dann können wir die Sky-Base zusammenführen. Ja. Jo, also haben wir schon viele Metz. Genau. Sicher ein Tausend, was findest du? Ja. Jo, geh, ich versuch's. Hey, ist dort hinten? Ah, ich hab schon gedacht, es ist noch mal eine Yacht dort. Ich rede nicht über die Yacht da. Ich rede über dort hinten, wo sie normaler... Egal, unwichtig. Müssisches Boot könnten wir halt auch noch gehen. Das wäre auch noch geil. Ja, wir sind weg. Ja, wir sind weg. Ja, wir sind weg. Ja, wir sind weg. Ja, die gehen weg. Die gehen irgendwo anders hin. Ja, wir sind Disconnect. Es geht bei dir nichts mehr. Doch. Mir geht nichts mehr. Ah, ja, stimmt. Bei mir auch. Ja, komm, wir können schon rausgehen. Es bringt nichts mehr. Ah, jetzt. Weiße. Undi, darf ich... Ah, jetzt wieder. Äh, nein. Jetzt wieder. Jetzt muss wieder. Ich bin dran. 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 1-0. Fakt so. Aber rüber. Nein, schau dich gegen den Föhren. Schau dich auf den Dorn und der Fliegerwind. Und dann geht's... Ja, nein. Wenn sie... Alter Mann. Wollt fast auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, wie ihr aufgeschrieben, mein Freund. Ich bin dran. Ich bin dran. Was ist das? Jetzt! Ich bin dran. Ich geh einfach weglaufen. Nee, nee, Marketing. Es war los auch wenn ich reinkriege. Oh, mach auf. Es tut mirkrieg Those.... Der ist das Gegner, Mann. Ich bin die Gegner. Ich darf es ins Volker create. Different Dallas damit Luiz von D2 aufschrieben. Okay. Da schon... Ich habe schon rein. Oh, Jan realidad. Fakt an man auf der linken Seite. Liger Innen-Veteidiger Diego Carlos. Hauptsaler Liga. Andere nicht. Den den ich aufgeschrieben habe, damit der Typ echt noch drin ist, aber von dem Karsch, jeder sagt. Oh my god, oh my god, ey, ich hab PK, Van Dijk, und im Tor, Alisson. Ich hab sogar Alisson-Tonster-Train-Level, ich hätte nebengegangen. Scheiße, man. Ich hab jetzt hier, wo ich sie ein und dann starten wir. Das wird bald. Los, also wir starten bereit. 10 Millionen. SWB. Samarit. Angelehnt. Der geile Samarit-Karten brennen die Welt und wollen nochmal die Baskade. Leute. Was? Kommen wir hier zum RBZ? Hey, du hast das gleich noch nie mehr. Bist du überhaupt? Oh, Francie. Ja, ich war wegen dem Dings, ich wäre normal locker leuchtet. Aber, ja. Ich bin nur Francie gegangen. Oh my god, komm, wir gehen. Komm, du hast erstmal nett, du. Das ist mal deine Hälfte, eins. Ich bin auch gerade mal am Farmen. Äh, ist close, nicht schli. Oh sorry. Oh, 500. Oh my god. Mit Chili kann man so schnell farmen. Also man kann nicht schneller farmen mit einer Chili, aber man kann sich schneller bewegen. Ein, ich bin auch total leicht. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der haut noch so Pongkornlust raus, der Hälfte. Fass, wir sind kurz Ecken. Alle Wax. Alle Wax Ecken. Alle Wax Ecken. Ich bin so ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen... Haha, ich schwör, ich mache so viele Eggbeine vorne zu sparen. No joke, man hat euch jedes zu wenig dafür. Stell dir vor, jemand findet ein Lama, Digga. Oh, mach, 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 mach. Nein, 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 nein. Kommt! Let's go! Leute, seht ihr, was die Zone macht? Ja, normaler als Äuße, ne? Oh, wichtig! Thomas! Was? Wie viel hast du im Netz? Äh, 800. C, B, 800. Das war's. Komm, Leute, komm rein! Nein, das kann's nicht. Das kann Schmerz, das werden, ne? Okay, ich bin ready. Oh, ich hab's nicht geplant, ey. Du, ich hab's nur nicht geplant, ey. Du, ich hab's nur am besten Ort. Ich hab's nur am besten Ort. Du kannst nicht raus da runter gehen, oder? Du kannst doch mal... Du kannst nicht raus da runter gehen, oder? Das ist Van Dyke. Kann man auch denken, wieso du es da runter gehen? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt 1000. Ich hab mit Steinen. Ich hab... Ich hab nur 50 000 geholt. Ich hab 750, 60 geholt. Ah! Du, ich hab noch, bevor ich Macket, ich hab noch. Ich hab noch 6 Bandagen. Ich hab auch Band-Dentis. Ich hab noch 6 Bandagen. Ich hab noch 6 Bandagen. Ich kann jumpen in die Zone. Ich komm schon in die Zone. Vor mir ist noch ein Jump-Head. Das ist ein Jump-Head, Janne. Janne, da ist ein Jump-Head. Das hab ich wahrscheinlich geplaced. Kriegst du es? Nein, nein. Das hast du nicht geplaced. Ah, ja. Du wirst nie vor mir sehen. Du musst du Hell-Präsidenten sein. Unser Land ist wie diese Granate. Jedoch besteht es aus 2 Teilen. Oh mein Gott. 2 Sturmdreher. Ja, Mann. Weisst du, wir können sehr lange... Also wenn wir Sky-Biss machen, kann man halt Sturmdreher placeen und dann kurz warten. Und dann bis zum Sturmdreher rauf bauen. Und dann, wenn er weggeht, noch einen placeen und weiter rauf bauen. Ja, wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Ja, komm einfach weg. Machen die so weit außerhalb? Das ist schon mal befreit worden. Der, wo meine Markierung ist, ist übrigens Schamfett, Janne. Ja, kommen wir am besten zu mir. Linken verteidigen? Ja, klar. Verzeidiger, Westen verteidiger oder beide sind verteidigend? Baut das auf und dann fangen wir dort oben an mit dem Sky-Bit. Beide sind verteidigend. Nein. Ach, nein. 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 Was darf ich tun? Ah! Was ist passiert? Ich muss dann in der Gegend im Sky-Bit. Pogba ist weg. Oh! Shit! Pogba. Ich bin ehrlich schlimmer als Pogba. Das ist einmal der Fohn. Okay? Es geht. Fohn geht, Jungs. Aber... Der ist auch an. Wir haben schon letztes Jahr. Pogba. Vorne Gegner. Schau dir, der Wasserfall zubaut. Weg von denen. Mit erstmal und dann. Ähm... Ja, nein. Kommen, kommen, kommen. Kommen wir auf den Berg rauf. Ja, das tut schon weh. Pogba. 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 Wie gesagt, wir spielen auch die Weekly Jungs. Pogba. Pogba. Da unten drüber, was ich markiert habe. Warte. Ja. Ja, wir gehen ja dort vorne. Ja. Da unten ist der Gegend am Wasserfall zuzubauen. Was ist? Sie sollen aber die Herbeschießen. Hä? Wie ist die da? Doch. Doch, eine ist ja dort. Mann, ich habe ihn verfehlt. Ich habe aus wie sie einen Puls geschossen, als wäre sie jetzt schon tot. Minikudiga. Ich schiesse einfach einen Puls. Warum lächst du auf Skybase? Verhalten, ich habe über 900, ich habe über 900. Ich habe 1200. Äh, ich habe 1300. 200. Gut, das hat... Diefen bin ich ein bisschen verkehrt gewesen. Das ist auch scheiss Ortfall, ich habe geiler Ortfall. Gehen wir da aufs Seil rusche, bevor die Gegner mit dem Boot hier eintreffen. Wer kann mit Seil rusche? Ich sehe sie schon. Scheisse. Ich habe gerade Bock auf Fight. Sie sind dort, Achtung. Ich weiß, ich habe Bock auf Fight. Ich weiß, sie läuft doch. Es ist einer. Er ist ausgestiegen. Ja, selber doch. Er hat angezählt. Ist mir jetzt gerade scheiss egal. Fick den. Fick den seine neunte Generation, seine andere Multi-Generation, seine dritte Multi-Generation. Er ist hier. Es legt wieder. Hä? Ich habe legt. Nein. Es legt ultra. Ich habe legt. Ich decke mich gerade. Ich decke mich gerade. Heeeey! Das Spiel! Heeeey! Ich habe 200 Pinke. Ich habe 200 Pinke. Ich habe 200 Pinke. Bitte. Nein, nein. Die Runde war so geil. Einfach nicht drücken. Sonst fliegen wir nicht mehr runter. Habe. Du bist schon runtergeflogen vermutlich. Hehehe. Na echt? Ja. Ja. Du bist noch oben beim Lager. Führe ich auch. Ich ducke mich gerade da. Bitte. Bitte. Ich bin da. 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 Der Gegner sollte auch dort sein. Ich habe einen Impuls. Ich habe einen Impuls. Ich habe einen Impuls. Ich habe einen Arsch. Ich schwöre. Liga. Die Zone geht weiter. Ich zeige es dir nicht. Aber sie geht weiter. Es kann sein, dass wir jetzt auch in der Zone aufwachen. Aufwachen. Aber ich habe dem Gegner, der zu uns kam, einen Haftgranatenarm geschossen. Er ist safe dort. Es kann sein, dass ich auch dort bin, weil er gerade neben mir steht und ich es nicht sehe. Ja, ich sehe es. Ich bin da. Ja, ich habe... Oh, jetzt. Hey, hilf mich. Hilf mich, hilf mich. Ja, hilf ihn. Ich mache den Gegnerschein. Die Zone ist immer noch gleich gekackt. Der Metz. Wo ist bei euch Zone? Jetzt, wenn der Metz Zone ist. Ich sehe es nicht. Mir ist sie noch nie. Es zeigt... Es zeigt... Ja. Ah, ja. Nein, nein. Lagerfeuer, Ali. Fahch so. Lager gönnen doch nichts anderes. Es gönnen nur Lager. So, komm einfach drauf, bitte. Ich mache noch mal die Schirr. Danke. Ich habe keinen Bock auf Fighten. Ich kann sie mitnehmen. Ich kann sie mitnehmen. Ich kann sie mitnehmen. Nein, ich habe schon voll. Also, ich bin gerade voll wieder. Ich bin gerade voll wieder. Ja, aber ich kann sie mitnehmen. Ja, okay. Ich kann sie mitnehmen. Ja, okay. Ich habe einen. Ja, ich habe einen. Stark. Ja, Lagerfeuer. Ich will nicht das Lagerfeuer anfangen. Ich gönne mir... Ah, fuck. Ich gönne mir das Metz jetzt. Oder? Aber ich nehme... Es liegen im Fall noch 200 Metz. So. 118 Metz. Okay, stimmt. Ja, dann komm. Vollzug mal. Da kannst du noch eine Flaume abfahren. Kann jemand anfangen, bitte? Ja, äh... Dings... Äh, ja. Fahch du an, bitte. Fahch eigentlich praktisch die ganze Zeit an. Horror. Ach, wir dürfen. Lang, lang, lang. Okay, mal schauen, was ich hier vom Metz kriege. Wie viele? Ähm... Ich sehe da keine Metz mehr. Da? Ah, ja. Ich gehe jetzt mal hoch. Oh, warte, warte. Warte, warte. Oh, es liegt wieder. Nein! Es liegt wieder. Ah, Digga. Ja, hauptsächlich die Zone bewegt sich auch nicht. Nein, die Zone kommt. Die Zone kommt. Nein! Wir sind tot. Wir sind dead. Fünfer Ticks. Nein, ich pack dich nicht zurück. Was möchten wir? Zweier Ticks, schätze ich. Hey, was ist da los mit Epic Games? Silas, du bist da. Du rutschst den Berg runter. Silas, du bist da. Äh, Niklas. Ups. Nein! Doch, du bist da. Nein, 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 nein. Ist du noch nur da? Nein, nein, Janne ist da. Aber du bist den ganzen Berg runtergerutscht. Ich bin noch ein bisschen da. Oh. So, du kannst auch noch am Boden gehen. Du bist trotzdem den ganzen Berg. Ja, ich bin, ich bin, ich bin da gerade gerade. Ich bin jetzt gerade gleich da. Wenn die Zone ankommt, fünfer Ticks. Dann schaffen wir es nicht mehr, gell? Ist jedem bewusst. Die Zone legt sich noch mehr zurück. Wenn, wenn, ich hoffe sie legt sich zurück. Weil wenn sie es jetzt nicht macht, sind wir tot. Das schafft keiner. Sie kann Impulsgranaten. Wenn ich, wenn ich noch mindestens 50 AP hätte, würde ich es noch schaffen. Ich habe noch mehr Geld. Ja, mehr Geld nützt dir schon etwas. Aber nicht auf die Dauer. Ah, ich kann editieren. Ich habe mich auch. Ich bin gerade komplett am editieren. Nein! Ich bin rausgefallen. Nein! Nein! Papa, kann ich noch eine Runde machen? Ich bin rausgefallen. 6 WLAN für uns ist scheisse gewesen. Bitte, eine Runde. 6 WLAN für uns ist scheisse gewesen. Nur eine! Ah, ich muss sie abstellen. Was ist mit dem Laden los? Das ist mit dem effizienten Laden. Alter Mann, schade. Kann man noch probieren? Ja, warte kurz. Ich habe vielleicht noch einen Kollegen. Ich mache bereit. Scheisse Fortnite auch mal. Noll. Ich bin online. Fortnite, wenn es aus dem Mach bam bam zack zack. Nein, ist gut. Ich brauche keinen Kollegen jetzt gerade. Nein, ich werde nicht hinzufüllen auf. Jetzt. Alter, die scheisse Legs! Wie gesagt, wir haben den Saved the Wing geholt, da wäre keiner mit uns rauf gekommen. Und wäre... wäre... Lex nichts. Was ist das? Was ist das? Du bist in der Runde, dann nehme ich nichts. Hallo, komm raus. Kannst rauskommen, wenn du nicht. Was ist das? Hä? Ja... Müll-Internet doch! Ja... Ja... Und das Ding halt... Nein, sie machen das wirklich einfach nur mit Kodom halt in dem Sinne. Aber das... Jo, manchmal ist es auch so, dass sie... Halt einfach nur mal kuscheln und... Jo... Ja, ja, ja. Dass sie unter das Bett gehen, aber wenn du das dann im Film siehst... Ja, ja. Ja... Zum Beispiel eine Serie, Vampire Diaries zum Beispiel eine Sex-Szene gesehen... Ja... Hm... Ich würde nie ein Schauspieler werden. Also in dem Sinne. Sicher wäre schon geil. Nein, nein, ein Schauspieler selber wäre schon noch geil, aber einfach irgendwelche fremde Frauen ficken. Ja... Ja, die sind meistens hübsch. Jo, stimmt auch wieder. Hahaha... Alle, es lag wieder! Einer baut eine Wand, sie ist nicht durch, läuft er durch und plötzlich erscheint sie. Obwohl er nicht mehr im Baumenü ist. Es lag so hart, ich kann... Ich kann ihn... Ich... Ja, es lag wieder. Gell. Schauen wir mal, was ich für einen Ping war. Ganz normal, ja. Halt sieh! 120er Ping war das normale Ding, ja. Alle, was ist mit dem Modus los? Ist der zu beliebt? Schwach. Ja, okay, der Modus ist wirklich beliebt. Äh, gehen wir Leuchtturm, weil wir gerade alleine sind, ins Schlauer. Dort anhören zu gehen. Ich kann nicht rausspringen. Kannst du rausspringen? Geil. Keiner schwimmt raus. Das schwirle! Es ist Sonnenmüll! Schnell vor... Eh, der Bus... Schnell vor, der Bus fährt jetzt einfach weiter. Was arbeitet er für Leute? Ey, weisst du, was nicht geil wäre, wenn der Bus einfach weiterfährt? Das würde ich so feieren. Huh? Das ist schwer. Ja, ich auch. Ja, es kann. Doch, zum Leuchtturm trotzdem. Aber vielleicht immer noch. Ja, ich weiss, aber versuch zum Leuchtturm zu gehen. Ja, natürlich. Ja, okay, ich will... Nein, ein Gegner geht da noch. Wenn die... Nein, 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 die fliegen irgendwie nicht richtig hoch. Weisst du, meine Fliegen... Die sind einfach ein bisschen kuschlos lustig, gell? Weisst du, meine Schuhe! Weisst du, meine Schuhe! Weisst du, meine Schuhe! Ist wenigstens die Zone heute zu gönnen, oder? Ja, ich schwör! Ich habe die Dings-Alkumen... Ja...geil! Ja, zu! Ich habe die Akkumen-Emissionen noch nicht gemacht. Kann ich nicht. Haha! Ich habe keinen Bock irgendwie. Aber dann gebe ich nachher irgendeinem Nosekin meinen Account und sage ihm, für so und so viel, machst du mir einfach alle Missionen, darfst du dir für einen Nosekin... Das sind Gegner! Ich kann nicht spielen, ich kann nichts machen. Das sind Gegner beim Leuchtturm. Ich habe zwei Sturmdreher. Und ein Jetpack. Und eine Pulsgranate. Let's go. Das ist der beste Laut, den man ziehen kann. Es ist auch eine geile Laut. Ja, ist schon so. In diesem Modus. Normalerweise würde ich es nicht so feiern. Doch, Sturmdreher würde ich feiern. Fette Impulsgranate. Wenn ein paar Mp ist, wäre es geil. Aber jetzt ist es geil, auch in die Zone zu gehen. Allgemein. Ich darf mein Jetpack nicht leer machen, weil die gehen so schnell leer. Ja. Schaut es wieder. Nein. Wege der Zone muss ich die Sorge machen. Aber wenn die... Wenn die Runde wieder legt... Ein Sturmdreher aufgeben. Oder... Ich will halt viele Heal mitnehmen. Ich will den Sturmdreher hier reinpacken, damit ihm keiner mitnimmt. Ich muss ihn aufgeben. Ein bisschen mehr Heal wäre jetzt halt gescheiter. Du wirst schiessen einfach irgendwann mal runter. Das sind alle Gegner, weil sie im Umkreis von dem Ding halt. Wo ich bin. Das Ding ist auch, ich will die Jetpack nicht aufgeben. Und ich will meinen Impuls nicht aufgeben. Das sind die... Was? Auch die Jetpack. Nice. Was? Ah, die kannst du... Ja komm mitnehmen. Komm. Ging hierhin. Ich kann ohne Jetpack. Easy. Du kannst nicht zwei mitnehmen, glaube ich. Komm hierhin. Nimm den Sturmdreher mit. Sturmdreher mit. Ich hab's eigentlich... Ich hab's eigentlich verbraucht. Schnell. Jetpack? Ich hab's eigentlich eigentlich verbraucht. Ja, ist gut. Äh, komm aber. Äh, komm. Du hast aber verdammt schnell verbraucht. Schnell. Schnell. Ach du, oder? Ja, ist lecker. Ja. Wir lieben den Modus. Alle... Nein, die Zone. Wir sterben. Ja, das wär's jetzt. Wir sind schon fertig. Ja okay, nein. Ich hab 30 Kohlköpfe. Ja, ich hab Impuls und... Scheiss. Ich hab 29 Kohlköpfe halt. Ich glaube, ich überlebe lange. Schätze ich. Ich mach da einen Hockey-Mode. Bei einem Gegner, der einen sehr starken PC hat, könnte halt noch... Real Talk. Äh, normal spielen. Es liegt nicht nur am Spiel. Es liegt auch darauf, dass die PC das aushaltet. Aber an irgendeinem Moment muss der PC... Nein. Nein, nein. Ich hab das Gefühl, es liegt an der Server momentan. Nein, nein. Ich weiss. Aber wenn du einen sehr guten PC hast, dann hast du nicht so einen hohen Ping. Okay, jetzt gerade hab ich einen hohen Ping, aber... Ja. Wie viel... Nein, du hast ja auch ganz normal PS-FPS. Ja. Zart. Ich hab zwei gute Videos. Wollen wir nachher ein bisschen creative? Kann machen. Easy. Wir fliegen wahrscheinlich eh raus. Ich will nicht rausfliegen. Jetzt... Ich hab geile Leute. Ja, ich auch. Man hat beide jetzt Chat-Pack. Ich hab so... Ich setz einen Sturmdreer. Vielleicht setzt er. Nein, Mann! Nein. Ich geh nicht mehr in den Modus sein. Ich geh auch nicht mehr. Lass auch creative spielen. Krampf. Easy. Krampf schnell creative. Wirst du eigentlich besser als sie annehmen? Hä? Viel besser. Viel besser. Vielleicht besser als... Wird er jetzt das auch sagen? Nein. Er würde es nicht sagen. Alle... Lennox sagt, Janne ist scheisse. Ich bin besser als Lennox. Lennox ist besser als Janne. Lennox ist richtig ein Bot. Aber besser als Janne, glaub ich. Nein, nein, nein. Safe nicht im Bot. Sicher? Der Lennox... Der kann genau... Der kann genau... Der kann genau... Editieren und mich auch nicht. Jo, editieren ist wirklich super gut. Noch einmal... Ich hab Janne mal gegen ihn 1 gegen 1 gemacht. Also, Janne hat mal gegen ihn... Also, Lennox hat mal gegen ihn... Also, Lennox hat mal gegen ihn machen. Er hat gegen Janne gegen 1 gegen 1 gemacht. Und ich... Und... Ich hab gesehen, wie du gebaut hast, Janine. Ich bin besser als du. Sorry. Ja, das glaub ich dir. Du spielst auch mehr als ich. Es geht so. Wie viel spielst du? Gar nichts. 2,5 bis 3 Stunden am Tag. Das schwör ich mir nicht. Ich spiel für das 1 oder 2. Höchstens 2. Wir sind jetzt fast 1,5 Stunden am Zocken zusammen. Jo... Es kommt einfach drauf an. Momentan spiel ich nicht mehr an. Jo, es kommt drauf an. Ob du mit einem geilen Kollegen spielst oder... Ja, nein, weisst du... Janne kann eh nur 1,5 Stunden am Tag. Ja, Janne ist überhaupt ein Kollege. Aber Janne... Janne spielt nicht. 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 Vor drei Jahren. Ich glaube, jeden Tag. Ein einziges. Red nicht gerade die Sachen. Weil... Ähm... Ja, ich stream. Aha, easy. Es wäre besser nicht, dass du irgendjemand sagst. Und wer knallt bist oder so. Dann hat der Streit geschissen. Ich bin Janne. Ich bin Janne. Ich bin ja auch super gut. Spielst du Weekend League? Nein. 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 Oh, f*** ab. Ich habe den Lädten zugehangen. Lädten zugehangen. Lädten zugehangen. Oh, das ist stark. Ich habe einen Wind nach oben gesehen. Ohne am Haufen! Ohne am Haufen! Ja... Ja... Kontrolle ist disconnected halt die ganze Zeit. Weil mein Kabel kaputt gegangen ist. Wir verfallen. Auf was ist FIFA? Hä? FIFA auf dem PC. Ah, dann können wir nicht gegeneinander spielen. Warte kurz, ich will mein Kollege laden. Nicht töten. Bleib lieber He-Turtle, bitte. Runter. Äh, darfst du mir meinen Kollegen zocken? Ja, das tut mir nett. Ich habe es extra gemacht, ich habe gerade keinen Bock auf den. Ich bin schon besser als er, aber ich kann gerade keinen Bock auf ihn. Der schießt halt immer komplett runter. Oh mein. Ich glaube du kannst auch noch rediten, wie es aussieht. Rediten, ist nicht stabil. Oh was? Der hat Veto. Der hat Veto. Der hat Veto. Mit Controller, nicht mich töten. Reden, ich mach nicht, ich mach nicht. Jetzt. Was ist denn für den Controller? Äh gut, das ist nicht an meinem Controller, ein Kabel. Was ist denn für ein Kabel? Oh scheiss Kabel. Oh scheiss Kabel. Oh man ey, das ist scheiss Basis. Was ist denn für ein Kabel? Wieso gehört das dort? Ich bin hier durchgeruscht und habe alle... ...Things geschränkt. Hey, jetzt habe ich keine Ahnung was du abkommst. Hey, das habe ich geboten. Nein. Kann ich schiessen? Jaa, der Bloom, der Bloom. Rege, grü? Joach, 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 joach! Ei, ei! Okay. Was? Was? Ich wollte nur... Ich wollte genau eine Wand leissen. EDC, die Ohren laufen, die anderen zu EDC und wieder aufwählen. Du läufst einfach durch die Ohren. Ich kann nicht EDC dann mit der R. Man kann sich eigentlich selber töten. Ja, kann man sagen. Also ich wollte dich auch nicht auf Kramp umbringen. Oh, was du für einen bist? Nein! Ich habe es lustig, so. Controllen, fick dich. Ja, easy. Ja, easy. Ja, easy. Ja, easy. Ja, easy. Geil. Ich kann immer runter. Spielst du eigentlich mit Fussball? Ja. Wo? Plexars. Wurschtab. Basel. Ist Basel, eigentlich Basel. Ich kann sagen, ich bin Kungeli. Einfach, ja. Plexars. Kungeli, das ist der Altanenverein. Ich versuch's doch nicht. Hör doch auf. Wieso gehst du nicht hinterher? Ich wollte mich heilen und... Aber nein. Was hast du zu heilen? Ich wollte mich heilen und ganz gechillt spielen. Aber nein, du willst pushen. Du gehst nicht hinterher. Hey, ich kann nicht pushen. Du bist nicht angekommen. Ich wollte eine Wand herbauen. Aber nein. Du stehst schon immer hinten. Krampfen. Krass. Spielst du noch mal FIFA? Nein, nicht mehr. Nein. Wieso nicht? Das passt, glaube ich, auf der Xbox auch noch. Ich habe die Wand. Nein. Das geht auch nicht. Münze. Schau mal, schau mal. Warte, warte, warte. Kann ich dir etwas zeigen? Halt schnell deine Wand mal bitte. Halt schnell deine Wand. Halt sie, versuch sie zu halten. Wenn ich so mache, dann so baue, dann bin ich in deiner Wand. Versuch sie nochmal. Versuch sie nochmal. Halt gegen. Meine Wand. Sorry. Das ist gut. Ja, das geht. Kannst du mal austesten. Mach mal selber. Ich muss sie machen. Du musst das hinten. Ja, und das andere. Nein, nein. Ja, ja. Und jetzt hier. Ich muss sie noch hochkommen, oder? Ja, ja. Jetzt musst du. Du guck dich. Nein. Egal. Mach. Wollt ihr mich zurück? Einfach in der anderen Ecke. Ich mache es dir. Nein. Oh Mann. Egal. Ich mache es dir. Krampf schnell. Alter. Okay. So. Und jetzt. Ich halte die Ecke. Warte, nein. Jetzt habe ich mich nicht eingehalten. Mach nochmal. Nein. Ich habe mich nicht eingehalten. Ich habe alle Kräfte viel. Ich komme überall durch. Ich komme überall durch. Aber ich habe mich nicht gemütet. Du hast schon die Sonne macht mich eigentlich nicht so Angst. Wenn es sein muss, dann nehme ich mir doch die Sonne. Das reicht wieder. Ich gehe zu schulen, du Notasone. Okay, weiter. Chill. Es kann... Ich weiss schon, du kannst denken, dass ich es fake, aber ich sehe es nicht. Nein, sicher nicht. Ich muss runter schauen, ich habe keinen Fisch. Nein, ich habe mich mit Schuss verkauft. Ich lasse die Reben verkaufen. Ja, die Schuhe spielt auch mit. Egal, Scheiss drauf. Chill. Ich habe sie verloren. Was ist denn da los? Das ist ja nicht der Controller. Der Kabel. Ich habe ja meine Hand beim Gamer nicht nur Stillhalten am Controller. Ich muss sie bewegen. Ja, fast. Loll. Das ist voll hoch. Ich habe gerade aufgeblendet, ich habe dann einfach aus Krampf geschossen und dann tricke Wumpump. Das hätte ich gerade sowas von nicht gedacht. Egal, gut für die Zuschauer. wo ich jetzt auf 50% Meidle sind. Wo ich jetzt auf 50% Meidle sind. Keine Ahnung, ich habe jetzt auf 50% Meidle in Fortnite gehen. Auf 60% Meidle Ich habe die Schuhe mit einen kleinen ... Ah, ich habe jetzt deine Treppen gehabt. Nein. Nein! Das ist verdammt geil! Achtung! Nein! Ich habe den Kopf drauf gesehen! Ist mir 80er Hitke? Nein, schon 100er und der eine 30er. Oh, ich habe ja 20 Kaffee bekommen. Nein, du bekommst 50. Ja, das meine ich. Alter! Boah! Ich weiß nicht, ob ich mich noch gerettet habe. Nein, nein, nein! So geil jetzt! Oh, der 40er! Nein! Aber diese Höhenhitze kann man immer, wenn man sie gar nicht braucht. Weil das hat er einfach 100 gelangt. Ja, ja, äh, was? Ja, nochmal, oder? Kann man schon machen. Ich bin immer gechillt. Janne will nie 1v1 machen. Ja, genau. Ja, genau aus diesen Gründen. Die, die scheisse sind, werden sie halt nie. Nein, das Ding ist... Er will nie, will nicht. Er hat Zeit, er will nie. Ich bezeichne ihn als Scheisse, aber wahrscheinlich hat er viel... Ja, das könnte sein. Weil er nicht... Er kann nur 1,5 Stunden, und dann will seine Zeit nicht mit Wunde in Wunde verschwenden. Das ist bei mir auch so früh am 6. Und jetzt kann ich mehr. Eigentlich... Ich habe mehr Gefühle, solange ich will, aber ich mache es nicht. Ich weiss, ich komme es nicht mehr auf die Schule. Willst du es niemals vorstellen? Hä? Ich eh. Hä? Was? Ja, ich wäre P gewesen, ich bin es eh gegangen, freiwillig. Aha. Und ich habe es eh jetzt auch gut bestanden. Wieso? Es ist scheisse im E. Wieso ist es scheisse im E? Nein, die Sonne! Weisst du, wie es scheisse ist? Wieso? Du musst... Ich weisst, ich kann Freizeit haben. Ich bin gut. Sie in der Schule, ja. Meine Note hat eine P gelangt. Weisst du, dass ich eine Dosen gehabt habe? 5,7. 5,7. Wir machen 3 Mal. Ja. Wie bist du denn ins T gegangen? Die 5. Ich war gut so. Ähm, weil ich... Alle gesehen, es ist immer so schwierig. So. So. Ich bin ins E gegangen, aber ich hatte eine Lehre gehabt. Und deswegen war es so schwierig wie im P. Was müsst ihr später lernen? Lernen? Ich mache dieses Jahr und steige ins E auf nachher. Wieder? Ja. Ähm, glaube ich. Ich habe meinen Vater überredet und mein Vater immer wollte, dass ich ins E haben durfte. Da musste ich ihn schon verlassen. Aber er hat sie auch schon gesagt. Ja. Nein, nein. Bau dich nicht weiter. Oh, du bist fast runtergeflogen. Ja, danke. Ja, aber das müsst ihr nach der Schule machen. Nach der Schule? Ähm, ich habe gedacht an irgendeinen Chemiker. Oder Projektleiter, Manager. Dann muss er studieren, oder? Hä? Ja. Dann muss er studieren. Dann würde ich schon im E bleiben. Chill. Ich mache hier im E-Studium. Ich habe mir schon alles geplant. Dann würde ich im E bleiben. Ja, ja. Ich kann ja genau wieder aufsteigen und dann im dritten Sekt. Ich steige mit allen Punkten auf chill. Das wird für mich eigentlich einfach nur verdoppeln. Das ist halt das Gamen. Was ich eh nicht so gerne habe. Weil ich so halt auch die ganze Zeit spiele, wenn ich gerade nichts zu tun habe. Ich lerne jeden Tag. Auch in den Ferien lerne ich viel. Ja. Ich habe jetzt Fussball ein wenig vernachlässigt, aber... Ja, und mit Frucht wird aber nicht schwierig mittlerweile, oder? Nein, ich habe Bock. Ich könnte ich werten von Blackstars aus. Basel ist hier unterwegs. Nein! Nein! Oh! Ich habe keinen einzigen Fussball bekommen. Nein! Ich habe mich wirklich gerettet. Ja, wo bist du? Komm, Headshot! 40 Headshots! Fünftest du ich verarsch? Ja! Oh! 200er Blickshot! Ich wäre runtergeflogen, gell? Das wäre 25 Grad gelegen. Ich habe 25 Kp gehabt. Ja, ich habe Pigeysen. Und danach kommen die 200 immer raus. Ja, Pigeysen. Ich wollte auch Flickshot machen. 80 Redshots. Ich fühle mich wirklich gerade verarscht. Mann, ich wollte einen Pigeysen. Was schätze ich, bin ich besser als Janne? Ja, das schon. Janne ist eben im Bowler und im Editash nicht so gut, aber das Ding ist, er läuft einfach immer hinterein. Ja, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, irgendetwas hat er an sich. Ich kann nicht sagen, er ist eigentlich nicht so gut, aber irgendetwas hat er an sich, dass es gleich einfach nicht schlecht ist. Ich war darauf entspannt. Ich habe gewusst, dass du das anbauen wirst. Dann habe ich einfach gewartet, bis du das anbauen wirst. Und dann hunderter... Ich komme wahrscheinlich am Donnerstag auf Reigi. Wieso? Weil der Chey, äh... Ich muss im Chey noch heute anrufen, der ist von Österreich gekommen. Wir werden dann vielleicht übernachten. Nein. Ja, Mann! Ja, Moin! Chill. Sag einfach Mashallah, der... Ja, 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 ja! Sag einfach Mashallah, der Hübsche. Ah! Sag einfach, ich habe seit Corona angefangen, er hat nicht mehr... nicht mehr gedingselt, und noch zwei Kilogramm Zug nahe ich runter. Was hast du denn gemacht? Äh, du hast Fussball gespielt. Ah, nicht? Ja. Ich bin trotzdem noch beim Verein. Ich bin im Pausenverein. Sie dürfen nicht mehr. Ja, was sollst du jetzt machen? Nein! Mit Kontrollschutz können ich auch oben zubauen. Wie kann ich können? Egal. Ramp. Der Hübsche. Mann, ich bin so schön auf deinem Kopf, Schatz, jetzt ein Hit, gell? Nein! Oh, fuck, Mann. Also warte mir, für die Zone schaden, steckst du noch ein? Ich hab zwei Fische gegessen. Ich schau mal, wo du bist. Das ist lobe nicht. Ich bin seit 2 Stunden in der Zone. Ja, ich weiss, ich bin mit 75 AP, ich habe zuerst 30 AP gehabt, wo du mir den Hit gedruckt hast, nein, 15 AP habe ich gehabt. Dann habe ich mir einen Fisch gegeben, ich bin weiter und dann noch einen, da bin ich mit 75 AP in die Zone gekommen. Ja, moin, das ist kein Hit. Das war ein Ghost-Shok. Oh nein, nein, ich weiss, ich habe den 120er gedruckt, ich habe den 3P-Gags jetzt gegeben, der vierte ist nicht durchgekommen. Ich schaue nachher, ob ich noch ein paar Kollegen einladen kann, wäre geil, also wenn wir, wenn ein bisschen mehr. Ah, Mann, ich habe wieder den Fallschaden weggelegt. Ich könnte ihn jetzt halt so gut anbebauen. Ja, merke, Doni. Hallo. Du bist gleich neben mir gestanden. Ich weiss. Ich weiss alles, was passiert. Ich bin verdammt nochmal hochbegabt, habe mich IQ testen. Was hast du denn? Drei? Nein, dreieinhalb Spass. Ich habe eine IQ von... von... was ist das? ...100... ...130, glaube ich. Ich habe 180. Genau. Aber es ist im Fall... Genau, das muss ich so sagen. Bedürfentlich IQ ist, glaube ich, 100 in der Schweiz. Ja, ich weiss, 135 ist hochbegabt. 130 ist eine hochbegabte Zone. Boah! Ja, Moin. Ich sage auch, Mashallah der Hübsche. Wieso willst du eigentlich keine Promi-Fußballer mehr werden? Hä? Äh, wähle ich schon noch, aber ich muss jetzt halt wieder trainieren erstmal, Ernährung halt. Wie alt bist du? Ich bin, äh, Dings, jetzt, eh, Ende Jahr 14. Und du schaust jetzt auf Ernährung? Hä? Musst du schon auf Ernährung schauen? Nein, eigentlich gar nicht. Ich laufe nur die 2 Kilo irgendwie abnehmen. Ich habe einfach kein Sixpack mehr. Ja, genau. Bevor Corona-Zeit habe ich mein Sixpack vollendet. Ah, ich komme jetzt durch. Nein! Nein, nein, nein! Ah, fuck. Sorry, ich mache die Wurte weg. Egal. Oh, das wäre echt geil gewesen. Dich zu töten, weisst du? Ich habe gewusst, dass du denkst, ich komme nicht hoch. Und bist halt einfach nur durch die Ohren gelaufen, sogar wenn ich auf EDC würde. Överg clubs sind weg. Tidididroons. Tidididurons. Tididiturons. Da könnte ich mit der Hand Tack-Regel-decker, geht es, est. Ich habe keine Ahnung, aber ich wäre eh tot gewesen. Yeah. Ich musste Warnpump geben. Ja, aber kannst du dich dann zu Baden? Hä? Was? Kannst du dich dann zu Baden wohl? Ich war sogar schon beim Training. Ich habe es aber nicht durchgemacht, wegen Corona. Aha. Ja. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Aber ich muss erst mal hierher. Soll ich nicht mit Sixpac dorthin gehen? Was sind alle? Oder auch Stabilo-Stange. Ja, moin. Kannst du einfach rufen? Ich muss kurz an die Türe gehen. Ja. Hallo. 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 Oh. 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 Das ist ganz blöd drauf. Ne, chill. Ich bin gerade nicht da. Warte kurz. Ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff, ich bin ein Schiff. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ein Degasso. Ich laufe gerade auf. Warte, warte, hey, hey. So, jetzt. Komm mal schauen. Du wolltest nur schauen, schnell. Aber jetzt geht es dir. Oh mein Gott, ich war gerade an der Zone verreckt. Okay, komm, gehen wir in der Lobby. Ich würde sagen, ich habe dich genügend ermütigt. Musst du noch mal eine Krafttraining machen? Ja, ja. 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 Ja.